Guten Tag und herzlich Willkommen. In diesem Video geht es um das chemische Element Aluminium. Der Film gehört zur Reihe Elemente. An Vorkenntnissen solltest du dich bereits gut mit Basen, Säuren und Salzen auskennen. Im Video möchte ich dich mit dem chemischen Element Aluminium und seiner Bedeutung vertraut machen. Der Film ist in neun Abschnitte unterteilt. 1. Entdeckung 2. Stellung im Periodensystem der Elemente 3. Vorkommen 4. Eigenschaften 5. Herstellung 6. Reaktionen 7. das Metall 8. Verbindungen 9. Zusammenfassung 1. Entdeckung Bei Aluminium handelt es sich um ein relativ junges chemisches Element. 1808 wurde es von Dewey vorhergesagt. 1825 gelang die erste Herstellung durch Oerstedt. Das Aluminium war jedoch noch recht unrein. Zwei Jahre später stellte Wöhler ebenfalls Aluminium her. Diesmal schon mit höherer Reinheit. 2. Stellung im Periodensystem der Elemente Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und auf www.sofatutor.com